Vielen Dank für die einführenden Worte. Sebastian Hänsel, ich leite das mobile Schülerlabor und das mobile Schülerlabor ist quasi auch, wie alle anderen auch, unter dem Motto dorthin, wo die Schüler sind. Nämlich im ländlichen Raum sind auch Schüler und nicht nur in den Großstadtzentren. Das ist auch unsere erste Initierung gewesen, in den ländlichen Raum zu fahren. Mittlerweile hat sich das ein bisschen egalisiert, weil auch in den Großstädten die Gymnasien die Vorteile eines mobilen Schülerlabors sehen, kennengelernt haben und auch schätzen. Ja, das ist unser mobiles Schülerlabor, also nicht so groß wie das FAB-Mobil, etwas kleiner, auch bewusst kleiner, weil wir wollen gerne überall und ganzjährig hinkommen. Das heißt auch auf den kleinsten Schulhof fahren können. Das ist nun mal mit großen Bussen oder Science-Trucks nicht so ohne weiteres möglich. Und mit diesem mobilen Schülerlabor starten wir vom Campus Senftenberg, der BTO Cottbus Senftenberg aus, ins ganze Land Brandenburg an Schulen. Dieser Bus, ich zeige nachher mal noch ein kleines Bild, wie der innen drin aussieht. Da haben wir noch eine kleine Überraschung. Wir sind ja hier Großstadt- oder Großraumregion Berlin-Potsdam und wir haben halt die komfortable Lage in Berlin-Potsdam, dass wir sehr, sehr gute, sehr hochqualifizierte Schülerlabore haben. Wir haben zurzeit in dem Schülerlabornetzwerk genau 16 Schülerlabore, alle an Museen, Forschungseinrichtungen und Universitäten beheimatet. Aber wie man auf der Charta sehen kann, befinden die sich eben im Großraum Berlin-Potsdam und nicht im ländlichen Raum. Und das ist eben halt unsere Idee, in den ländlichen Raum zu fahren, weil hier oben zum Beispiel Pritzwalk, Prenzlau, Schwedt oder ja selbst in Cottbus oder Frankfurt-Oder haben wir viele Schulen, die einfach gar keine Möglichkeiten haben, diese Schülerlabore im Großraum Berlin-Potsdam auch mit einer guten Frequenz zu nutzen, weil natürlich auch das Einzugsgebiet der Schülerlabore in diesem Bereich liegt und schon alleine Berliner, Potsdamer Schulen da eine massive Nachfrage haben. Und die Schulen des Weiteren aus dem ländlichen Raum eben halt einen hohen finanziellen, organisatorischen und zeitlichen Aufwand haben, um solche Angebote wahrzunehmen. Das ist auch immer einhergehend mit Stundenausfall in den Schulen und so weiter und so fort, weil so eine Anreise zum Beispiel aus Pritzwalk nach Berlin, ja da ist schon die Fahrzeit von zweieinhalb Stunden vorprogrammiert, dann die Rückfahrzeit von zweieinhalb Stunden. Die Schüler werden freigestellt, die Lehrer werden freigestellt, es gibt keinen Vertretungsunterricht und so weiter und so fort. Das führt halt eben dazu, dass die Schulen ja mobile Angebote lieben. Und ja, das ist quasi unser Angebotsspektrum. Unsere Aufgabe ist es, Lehr- und Forschungsthemen der Universität in die Schule zu bringen. Und wir haben die eben auf die Fächer Biologie, Chemie und Informatik geplottet. Es ist total unterschiedlich, was wir da machen. Wir machen ja quasi wie bei CSI Miami eine Täterfindung über eine DNA-Geschichte. Dann geben wir einen Chemieraum und stellen Paracetamol und Aspirin her. Und in Informatik programmieren wir zum Beispiel auf Unity ein Spiel mit den Schülern. Unsere Angebotsentwicklung, die findet mit verschiedenen Akteuren statt. Also wir haben ja auf der einen Seite die hochschulischen Akteure und die schulischen Akteure, weil es kommen auch Fachbereiche auf das Schülerlabor zu, die gerne ein Angebot auch in den Schulen präsent haben. Genauso gut im Gespräch mit Lehrern kommen immer wieder Ideen zu tragen. Und wenn wir irgendwie sehen, das hat irgendwie eine Chance, dann versuchen wir diese Akteure an einen Tisch zu holen. Und die Lage zu sondieren. Und wenn wir irgendwie sehen, okay, das könnte irgendwie Erfolg haben, dann prüfen wir das natürlich ab. Und das ist für uns auch wichtig, weil als Schülerlabor sind wir natürlich auch schon Fachmenschen. Wir sind insgesamt zwei Wissenschaftler. Der eine ist Biotechnologe, ich bin Geograf. Aber wir können natürlich nicht alle Inhalte fachlich auch umsetzen. Deswegen brauchen wir halt die hochschulische Unterstützung oder die schulische Unterstützung. Und die einzelnen Akteure prüfen dann auf Machbarkeit. Danach geht es quasi an den ersten Praxistest. Wir laden uns Schüler der Kooperationsschulen ein oder nehmen junge Studenten auch her in die Labore, die erstmal so grob testen. Kann das funktionieren? Von einem Forschungsthema runtergebrochen auf dem Schulversuch. Wenn das auch alles erfolgreich ist, gehen wir an unsere Partnerschulen, führen dort zwei bis drei Praxistests durch. Das ist auch verbunden mit einer Evaluierung. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler, auch als die begleitenden Wissenschaftler haben dort Einfluss auf das Design des Versuches. Und wenn wirklich alles positiv läuft, dann fahren wir in die Schulen. Wir haben auch schon Versuche bis zu dem Punkt gebracht, Feinabstimmung, und haben sie dann am Ende nicht in das Schulangebot überführt, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht gegeben waren, weil vielleicht der Zugang von Chemikalien in die chemischen Labore der Schule nicht mehr gewährleistet war. Dann klappt man halt solche Versuche nicht, weil wir wollen halt keine Haushaltschemie machen. Wir machen halt dann zum Beispiel tatsächlich das, was auch die jungen Studenten in der Uni lernen. Und da hat man halt einfach Zugang zu Materialien, die man in der Schule nicht hat. Ja, wie gehen wir vor in der Schule? Wir führen immer ein in die Themen mit einem Vortrag über Hintergrundwissen, Grundlagen, Methoden und die Vision, die daraus entstehen kann. Vision kann natürlich auch die Technikvision sein. Das kann aber einfach ganz simpel, was kannst du damit später im Beruf machen? Oder wie kommst du da hin zu diesem Beruf? Nämlich über ein Studium oder eine bestimmte Ausbildung. Das erklären wir und stellen wir in dem Vortrag vor. Und danach arbeiten die Schüler in zwei bis vier Stunden je nach Angebot ziemlich selbstständig anhand diverser Material ein. Wir haben immer irgendein Arbeitsprotokoll oder eine Arbeitsanleitung, die ist sehr ausführlich geschrieben. Es gibt Tischvorlagen. Und im Bereich der Informatik haben wir solche Flyer entwickelt, weil wir als Schülerlabor standen immer vor der Frage, wie kriegen wir das hin, in vier Stunden ein komplexes informatisches Thema in der Schule durchzuführen, ohne dass die Schüler großartiges Hintergrundwissen haben. Und da haben wir uns bei diesem Angebot als Spieleprogrammierung mit Unity gedacht, okay, wir geben denen diesmal einfach alles vor. Die müssen gar nicht erst mal selbst nachdenken. Sie können den Quellcode abschreiben und entsprechend einbinden. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie kriegen wir dazu, dass die trotzdem was mitnehmen, das Verständnis und Lust kriegen. Und im Abschreiben erlangen sie ja trotzdem auch ein Verständnis. Und das prüfen wir am Ende einer Flyer-Einheit quasi mit Fragen ab, die sie gegenüber unseren Dozenten, nämlich Informatikstudenten, beantworten müssen. Und damit kommen auch gleichzeitig wieder die Leute ins Gespräch, der Schüler und der Student. Der Student berichtet automatisch bei uns an der Uni, das war ein, sagt er, es ist ein Modul, da haben wir das und das gelernt und so weiter und so fort. Und das führt halt eben dazu, dass die Schüler einfach mal hinter die Kulissen gucken können, okay, wie sieht es informatisch an der Uni aus, was kann ich damit machen, was bedeutet überhaupt Informatik, ist Informatik jetzt nur Spieleprogrammieren oder kann es auch was anderes sein? All das passiert dann im Fluss. Ja, unser Mobil, unser Schülerlabor sieht im Prinzip aus wie ein Werkstattauto, ist ein Regal drin und das haben wir bewusst so gehalten, weil wir sehr verschiedene Themen umsetzen wollen, von der Biologie, Biotechnologie, Chemie bis hin zur Elektrotechnik, Informatik. Da kann man kein fertiges Labor haben, wo man halt eine Kiste rauszieht und aus einem ausgestanzten Schaumstoff dann mal ein Reagenzglas, das passt nicht. Damit sind wir total unflexibel und das wollten wir nicht. Und deswegen sieht unser Labor oder Schülerlabor aus wie ein Werkstattauto, weil wir wollen auch nicht drinnen arbeiten, maximal auf Messen etwas da drinnen vorbereiten. Wir fahren an die Schulen zu diesen Themen, die ich vorhin schon mal angeschnitten habe. Im Bereich Biologie machen wir halt sehr viel für die Biotechnologie, gehen über eine DNA-Analyse auf Verdächtigtenjagd. Wir stellen Biogas mit den Schülern her, damit die regenerative Energiequellen kennenlernen. Wir entwickeln, das sei noch dazu gesagt, fast jedes Angebot selbst. Und das bedeutet auch, dass wir Reaktoren selbst entwickeln, zusammen mit den Technikern und den Wissenschaftlern der Uni, die wir mitnehmen. Wir brechen Hightech-Forschungsversuche runter, dass die Schüler das machen können. Hier geht es um ein Angebot, da wird quasi Patienten aus dem Klinikum Gewebe aus dem Knie entnommen. Arthrotisch verändertes Gewebe kann durchs Alter passieren oder durch eine Sportverletzung und über bestimmte Färbemethoden kann man halt nachweisen, welchen Qualitätszustand hat dieses Gewebe. Und ja, da werden Methoden angewandt, da werden Chemikalien benötigt, die wir so in der Schule nicht finden, die auch sehr kompliziert sind mitzunehmen. Und wir mussten diesen komplexen Versuch eben runterbrechen, nehmen jetzt auch kein humanes Gewebe, sondern wir haben aktuell quasi Gewebe eines toten Berliner Rindes aus dem Berliner Zoo mit Unterstützung der FU Berlin. Ja, und dann lassen wir die Schüler im Prinzip arbeiten. Sie müssen halt sich die Materialien vorbereiten, bestimmte Lösungen zusammensetzen lassen und alles dann wird schön unter modernen Mikroskopen mit Tablet und Screenings und Vermessungsmöglichkeiten quasi bearbeitet. Ja, genau, das mal so aus dem chemischen Bereich Paracetamol und CO2-Experimente. Wir stellen Schlüsselanhänger her für die Sekundarstufe 1, was nämlich so schwierig ist. Ja, und im Bereich Informatik natürlich mit Arduino und eben auch die Spieleprogrammierung. Das ist so unser tagtägliches Geschäft. Was wir noch machen, seit fast zwei Jahren oder natürlich schon länger, aber seit zwei Jahren in einem größeren Ausmaß, ist auf öffentlichen Events aufzutreten. Lange nach der Wissenschaften ist immer so ein Schlagwort oder Potsdamer Tag der Wissenschaften oder wie bei uns in Cottbus nach der kreativen Köpfe. Und da haben wir uns ein Angebot einfallen lassen, wo wir mit den Teilnehmern quasi so eine ewige Hermitosphäre herstellen an drei verschiedenen Stationen. Die erste Station ist die Elektrotechnik. Da löten sich die Teilnehmer quasi eine Leuchteinheit mit LEDs zusammen. Dann gibt es die Maschinenbaustation. Da wird quasi der Stativfuß und der Blechbogen gefaltet, schon die Leuchteinheit irgendwie angebracht. Und in der dritten Biologiestation wird diese Glühbirne mit organischem Material befüllt. Das Ganze wird luftdicht verschlossen und kann dann zu Hause schön beleuchtet, eine ganze Ewigkeit stehen. Und die Leute können beobachten, wie das wächst. Und haben ganz viele Erfahrungen an einem Produkt gehabt. Nämlich sie haben insgesamt dort bei uns, ich glaube, das sind zehn Studiengänge kennengelernt. Das steht dann immer auch oben drüber. Und wir können als Dozenten und Betreuer immer erklären, okay, was hat das jetzt wirklich mit dem Studiengang zu tun? Und da sehen halt die Teilnehmer auch, wie vielfältig quasi das Spektrum Biologie oder Maschinenbau ist. Das wissen ja die Schüler nicht in der Schule. Sie lernen halt Biologie, Chemie, aber sie wissen nicht, dass es da Spezialrichtungen gibt, Biotechnologie oder Materialchemie oder auch Medizin, Informatik und so weiter und so fort. Und das können wir denen da ganz gut vermitteln. Hier nochmal Detailbilder von diesen Auftritten, die wir da zuletzt gemacht haben. Ja, und das führt halt dazu, dass die Leute, man denkt ja immer, die normale Bürgerschaft ist da wenig daran interessiert oder begeistert. Aber für dieses Angebot in Potsdam haben die Leute sich eine Stunde in die Warteschlange gestellt. Das hat uns mega verblüfft, um dann eine Dreiviertel bis eine Stunde an diesen drei Stationen zu arbeiten. Sie haben während einer öffentlichen Veranstaltung zwei Stunden Zeit investiert, um eine Sache herzustellen, Wissenschaft kennenzulernen. Und das ist schon wirklich sehr faszinierend. Und deswegen führen wir das Angebot auch noch im Weichenfort. Zunächst dann in Cottbus am 6. Oktober. Da nochmal in einem noch größeren Rahmen, ja, wer zufällig in Cottbus ist, sei herzlich eingeladen. Ja, ich spreche eigentlich ungern über Zahlen in so einem Labor. Das Zahlen geben nicht immer Auskunft über die Qualität. Aber als mobiles Labor misst man sich auch immer mit stationären Angeboten. Es ist auch immer eine Kostenfrage am Ende. Wie teuer ist das Ganze? Was hat das für eine Effizienz? Und ich kann jetzt aus knapp zehn Jahren Projektleitung von dem mobilen Schülerlabor sagen, dass wir den stationären Laboren, natürlich bezogen auf das Personal und die Möglichkeiten, den stationären großen Schülerlaboren im Nichts nachstehen. Ja, wir haben im Schnitt jetzt mittlerweile so zwischen zweieinhalb bis dreitausend Schüler. Führen 170 Schülerkurse durch und besuchen 34, 35, 36 Schulen pro Jahr. Und besucht werden die Schulen halt immer durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, begleitet von einem Student, der aus dem Studiengang oder dem Fachbereich kommt, aus dem auch wiederum dieses Angebot stammt, sodass wir immer auf Augenhöhe mit den Schülern und unter Fachsprache sprechen können. Ja, knapp 21.000 Teilnehmer haben wir halt quasi seit zehn Jahren in diesem Labor gehabt. Es war bis März diesen Jahres ESF gefördert, also über den Europäischen Sozialfonds und über die Agentur für Arbeit bis 2014. Jetzt sind wir gerade in so einer eigenen Übergangsphase. Bis zum Ende des Jahres ist es auf jeden Fall Uni-Haushalt. Und wir arbeiten da ganz straight dran, dass es jetzt auch wirklich verstetigt wird zum Anfang des neuen Jahres, dass wir halt mit unserem Potenzial da komplett in die Uni reinmarschieren und weiterhin im Land Brandenburg und jetzt natürlich auch bundesweit, weil ESF ist immer landesweit gefördert und jetzt können wir aber auch bundesweit agieren. Das war bisher nicht möglich. Deswegen war das auch alles aufs Land Brandenburg bezogen. Aber jetzt werden wir halt mal schauen, dass wir das in die nächste Stufe kriegen. Natürlich auch unser Wunsch mit dem zweiten Labor, mit mehr Personal da ranzugehen. Aber ja, wie wir wissen, ist das immer nicht ganz so einfach. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank.